Musik Jo meine Lieben da draußen, um was geht? Ich bin's, euer Buch-LP und ich grüße euch zu einem neuen Video. Und ja, heute meine kleine Rage-Mode-Runde im Hintergrund. Und ja, ich spiele gerade nicht und ja, ich bin gerade in meinem Schnittprogramm und kommentiere gerade alles. Da mir ein kleiner Fehler bei der Bad Wars-Runde aufgetreten ist. Und ja, da ist das gesamte Audio irgendwie komplett im Video vermischt. Und ja, ich wollte heute einfach mal ein Video raushauen und deswegen mache ich hier das gerade alles provisorisch. Tut mir wirklich sehr leid, aber am Freitag fange ich endlich mal mit dem Let's Play an. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das dann richtig mache, wie mit der Tonspur und so allem. Aber macht euch keine Sorgen, am Freitag muss ein Video kommen. Und ja, das wird auch kommen. Und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Ach ja, stimmt. Und zwar werde ich bald Assassin's Creed Let's Playen. Äh, hat mir jetzt schon Teil 1 gekauft, Teil 2 natürlich auch. Ähm, also wir sind erstmal vorgesorgt, was wir als Let's Playen können. Und ja, da bekomme ich schon eine Skype-Nachricht. Aber alles natürlich verunschärft, damit ja, hier keine Person belästigt werden kann von euch. Wir kennen uns ja alle. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Gameplay und noch bei der sonstigen Scheiße, die ich noch hier im Hintergrund labere. Und ja, jetzt kommt noch ein schöner Sound-Effekt. Also, bis gleich. Und ja, das war ein geiler Sound-Effekt. Und ja, ich hab bei CapDaysia Studio 8 einen neuen Effekt gefunden und sonstigen Blunder. Aber, ja, ich hab's schon wieder gut mit meiner Aussprache. Es tut mir sehr leid, Leute. Und ja, oh, da ist Twilight. Mit der hab ich die ganzen, äh, Gameplays aufgenommen. Sie hat mir auch in YouTube unter einem Video einen Kommentar geschrieben. Und ja, auch sehr freundlich von ihr, dass sie mit mir die Gameplays aufgenommen hat. Und ja, auch noch an dieser Stelle ein schönes Dankeschön an den Max, dass er mit in der Party war. Und ja, ich hab gerade 0 Punkte, weil ich der Skiller in der Runde war. Also, äh, in dieser Runde hab ich fast gar keine Punkte gemacht. Weil das meine total Hater-Map ist. Ich hasse sie komplett. Aber, naja, müssen wir mit leben? Und mein, äh, Headset ist kaputt. Ja, gut. Gerade kaputt gemacht. Aber scheiß drauf. Ja, ich kann schon nicht mehr reparieren. Aber ich hab noch genügend. So, als 6 kommt jetzt wieder was. Passt auf. Ja, das waren auch wieder ein paar Sound-Effekte. Aber leider waren die ein bisschen verbuggt. Das tut mir auch deswegen leid. Liegt alles noch an Captain Acer Studio 8. Aber, bald kommt auch noch dazu ein kleiner Glitch. Ich hab's wirklich nicht mit meiner Aussprache. Äh, ja. Kleiner Glitch kommt bald. Wie ihr Captain Acer Studio 8 kostenlos und endlich lange verlängern könnt. Und, ja. Wir haben jetzt noch zwei Minuten Zeit zum Labern. Ach ja. Da kann ich doch so alles erzählen. Äh, bald. Ja, keine Ahnung. Bald. Keine Ahnung. Bald ist ja auch endlich wieder Weihnachten in zwei Monaten. Also ein bisschen mehr als zwei Monate. Und dazu werde ich mir dann ein PC kaufen. Und dann fang ich mal richtig an zu let's playen. Aber momentan, wie gesagt, noch mit Laptop. Aber, naja. Äh, was kann ich denn noch so alles erzählen? Ich bekomme da noch ein Stammmikrofon dazu. Und, ja. Mein Lieblingsball ist auch wieder am Start. Äh, was gibt's denn noch so Neues? Eigentlich momentan noch nix. Aber, naja. Im Hintergrund läuft Rage-Mode richtig scheiße. Aber, okay. Müssen wir mit leben. Und ich krieg wirklich grad nicht mein Headset repariert. Also läuft's. Und, ja. Das war's. Äh, schaut auf jeden Fall mal bei PvP Brothers vorbei. Ist auch ein sehr netter Kanal. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. War fairplay im Video. Und, ja. Das war's. Macht's gut. Gut. Tschüss. vorne lead. Untertitelung des ZDF, 2020